Untertitelung des ZDF 2020 Ein älteres Ehepaar ist hier spazieren gegangen, als plötzlich der 41-jährige Tatverdächtige auf das Ehepaar losgegangen ist. Er dürfte hier eine Eisenstange an sich genommen haben und hat dann mit dieser Eisenstange dem Ehepaar schwerste Verletzungen zugefügt. Er hat mit dieser Eisenstange nach dem derzeitigen Ermittlungsstand auf dieses Ehepaar eingeschlagen. Wie schwer sind die beiden verletzt worden? Das Ehepaar ist durch diese Tathandlung massivst verletzt worden. Die 71-jährige Ehefrau ist ins Unfallkrankenhaus nach Linz gebracht worden. Ihr Ehemann ist ins Keppel-Universitätsklinikum in den MedCampus 3 gebracht worden. Wie ist die Polizei verständigt worden vor dem Vorfall? Ist es beobachtet worden oder haben die selber noch die Polizei informiert? Es hat zu diesem Vorfall mehrere Zeugen gegeben. Die mussten die Tat mit ansehen und haben dann sofort die Polizei und auch die Rettung alarmiert. Auch die Zeugen müssen jetzt betreut werden. Das Rote Kreuz hat hier das Kriseninterventionsteam alarmiert und Zeugen und Angehörige werden derzeit betreut. Was weiß man über den Täter? Der Tatverdächtige ist 41 Jahre. Es steht ihm jetzt derzeit im Raum, dass es eine Nachbarschaftsstreitigkeit gegeben hat. Die dürfte sich über längere Zeit bereits erstreckt haben. Allerdings da sind noch die Ermittlungen im Gange. Das heißt, es wird sich zeigen, was dann tatsächlich zu dieser Tathandlung geführt hat. Ist der Täter festgenommen worden und wird der derzeit verhört? Der 41-jährige Tatverdächtige konnte noch am Tatort von der Polizei festgenommen werden. Es ist jetzt das Landeskriminalamt am Werk. Das heißt, es sind jetzt derzeit die Einvernahmen im Gange. Und dahingehend ist abzuwarten, was tatsächlich das Motiv zu dieser Tat war. Das ist jetzt der Tatverdächtige.